Eins ist ja auch klar, es bleibt dieses Unbehagen, dass wir in einem Land leben, in dem wir in den letzten Monaten erlebt haben, dass man über einen leeren Platz geht oder am Meer entlang spaziert und plötzlich taucht ein Polizeiauto mit Lautsprecher auf und sagt Achtung, Achtung, setzen Sie eine Maske auf! Oder man geht irgendwie im Park spazieren und dann kommt Das Ordnungsamt, halten Sie Abstand, Sie sind zu dicht beieinander! In diesem Land leben wir und in dem gleichen Land fährt aber kein Polizeiauto durch Schuld und sagt Achtung, Achtung, es steht die größte Unwetterkatastrophe seit tausend Jahren bevor! Hören Sie Radio! Wenn das Radio nicht mehr geht, tun Sie dieses! Verlassen Sie Ihre Häuser! Das alles passiert nicht und das hat etwas, was mich beunruhigt!